Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Matchmaking. Ja, habt richtig gehört. Und ja, wir spielen mal wieder. Ich bin auch mittlerweile MGE, aber nicht weil ich so gut bin, sondern weil ich mit ein paar LEs und so gespielt habe. Hab mich schön boosten lassen, damit es jetzt nicht mehr so schlimm ist, wenn ich verliere. Nein, Spaß, war natürlich nicht mit Absicht. Aber ich habe einfach mit Leuten gezockt, die einen höheren Rank hatten. Dementsprechend habe ich halt schon nach zwei Winstern, ich habe auch nur zwei Spiele mitgespielt, aber wir haben mit beide gewonnen, dementsprechend halt direkt abrankt. 2-Mid. Oh, shit. 1-Shot. Oh Gott. RIP, Alter. 2-Mal getroffen. Äh, yeah, Shot, ey. Oh, oh, der ein HP. Wow, wrecked. Ich habe wieder nichts gemacht, aber... Naja. Oh, Leute, der Kerl hat Dreckes gemacht und wir haben halt gar nichts gemacht. So muss das sein. Naja. Passiert. Ich muss mich erst einspielen, wie immer. Um dann noch schlechter zu sein. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das 2 rein getan habe. Ich habe mir gedacht, weil wir es so lange nicht mehr gespielt hatten, da habe ich mir wieder gedacht, ich hasse die Map wie die Pest, aber jetzt ist es eh schon zu spät. Wenn man das 2 rein tut, kommt auch das 2. Flash A. Okay. Naja. 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 RIP. Alles klar, über die Distanzseite hat er mir 3 Headshots gegeben. Läuft bei ihm. Ah. Naja. Jetzt seid das Problem, jetzt sind die Gegner noch besser und ich habe mich kein bisschen verbessert. Also... Ist nicht... Ist nicht optimal. Wreckt. Ergobt. Nein, ich habe ja keinen Schaden gemacht. Viel Spaß, Mann. Viel Spaß, Mann. Oh, er wird die berüchtigte... Ja, toll, jetzt waren sie aber schon lang, als ob die jetzt nochmal lang gehen. Die gehen doch jetzt safe B oder Mitte. Aber egal, man kann es nochmal probieren. Das Geile ist halt, wenn sie lang gehen und mal wirklich 3, 4 Ganaten reinwirft, dann sind die halt echt fast alle da. So. Ah, jetzt ist es B. RIP keinmal getroffen. Fängt schon mal wieder gut an. Naja, aber eigentlich zählt es ab jetzt, weil wir jetzt erst zum ersten Mal kaufen, aber bei mir wird es zumindest keinen Unterschied machen. Ich weiß nicht, was bei denen aussieht. Bei den Boys hier. Immer noch kein Statrickill auf dem Knife, by the way. Das wird wohl auch nicht so schnell passieren. Ich habe vergessen, die Gegner zum Muten fällt mir gerade auf. Oh, ich habe einen Kill. One war short. Oh, erste Buy-Round und direkt fünf Gegner getötet, kein Teammate verloren. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ist ja noch ausbaufähig. Kapper. Minus bin ich nicht letzter. Darauf muss ich jetzt mich widerstützen. Aber das ist aber auch kein Serious Account, verdammt. Scheiße. Ja, aber wenn es ein Smurf ist, ist es eigentlich noch peinlicher, dass er letzter ist. Aber es ist nicht automatisch jeder ein Smurf. Beziehungsweise schon, also zweiter Account zumindest, aber er hat viele... Ich meine, mein Smurf ist lower als mein Main Account und ich bin halt richtig scheiße da drauf. Spiel gegen technisch gesehen schlechtere und voll wie jedes Spiel. Was hat er gesagt? Short Shot. One more. LOL. LOL. Wenn ich den jetzt nicht gekillt hätte, ich glaube, da hätten die den jetzt rausgeworfen. Tja, RIP. Es ist halt bitter, dass ich mich genau jetzt da eingestellt hatte. Als die Granaten gekommen sind, hätte ich halt weggehen sollen, aber habe es nicht gemacht. Silberschuld. Ah, ich habe wenigstens noch einen gekillt. Oder ne, habe ich nicht. Ich habe nur einen Assist gemacht, stimmt. Naja. Okay, gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber wie ist denn der dritte gestorben? Wir waren nur noch zu zweiter Fahrer. Irgendwo ist noch einer einfach so random gestorben. Also, der nicht geflasht und nicht überrascht wurde. Der hat keine Entschuldigung. Was ich hier hasse, sind Leute, die ihre Position im Spiel andauernd verändern und das nicht ankündigen. So wie der Blau jetzt. Vor allem, die gehen doch jetzt safe nicht nochmal, R kurz. Nein, er hat sich selbst gekehrt. Läuft bei ihm. Ich habe die Gegner immer noch nicht gemutet. Was sind die denn, Alter? What the fuck? Oh, okay, da sind sie. Mit, mit, mit. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, RIP. Oh, die Auge, die Chameleon. Jetzt geht's los. Oder auch nicht. Oh Gott, das war peinlich. Ja, da kann er jetzt aber auch nicht mehr flamen hier. Also, nach der Aktion. Da hat er schon die Auge und, ja, war nicht mehr in der Nähe zu treffen. Oder war das der, der, ich glaube, das war schon der, der am Anfang gesagt hat. Come on, guys. Come on. Ah, jetzt bin ich tatsächlich letzter. Feels bad, man. War das gerade ein Flashbang? Holy shit. So kurz war ich, weil ich noch nie geflasht. Come on, no. Oh, Blanc. What the fuck? Too long. Yes, bomb. Nein! Das gibt's nicht. Ich hab keinen mal getroffen, oder was? 83 in 3. One has 17 HP, the other 80. Ja. Alter, ich hab's mir jetzt auch schon gedacht. Das kann doch nicht sein, Alter. Aber trotzdem macht's übelst schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Was macht denn der, Alter? MLG. Der letzte, der letzte, der hat 17 HP, und sie können ihn nicht killen. 17 HP. Warum haben denn beide AWP's, ey? Hatten wir nicht einen Eco-Round? Hatten die Gegner zwei AWP? Hätten sie einfach nur die Piste nehmen müssen, ey. One famous, you talk too much, man. Ich seh grad, dass alle vorher gekauft hatten, außer mir anscheinend. Aber versteh ich halt nicht so ganz wieso. Ich seh grad, dass ich nicht so ganz wieso. Short Shot Oh, holy shit Nein A planting 1,9 HP Alter, wieso schießen ich die immer so low, man? Es ist wieder WTF, man Defuse Bin ich noch letzter? Hey, ich bin nicht mehr... Oh nein, doch Ich dachte, der defuse, der ist tot Sehr schön Oh Okay Okay Okay, der Kern nimmt die Muss ich mal eine Runde mit der Form ausspielen? Mit der spiele ich eh fast nie Habe ich nur 12 Kills auf der Weil das auch nicht so viel sagt Ich habe mit fast keiner Waffe Oh, Leute, die haben eine Auszeit genommen WTF, ich denke mir schon, warum startet der Scheiß, ne? Ah, mal ein Schluck trinken Ja Viel Ist das so scheiße? Da ist nicht mehr mehr ein fies Batman drin Das ist einfach nur noch peinlich Wie ich auseinandergenommen werde Auf der Kack-Elo Aber Naja Was will man da machen? Ah Dass sie das mit der Auszeit eingeführt haben Finde ich, ist das Schlimmste, was sie jemals gemacht haben Einfach nur so nervig Und 90% der Leute benutzen es einfach nur Einfach nur so eine Minute rauszunehmen Aber vielleicht kommen sie jetzt mit der MAG Oder MAG hat eigentlich gar nichts zu sagen Eigentlich einfach nur Pro-Player-Taktik Wer weiß Jetzt dachte ich schon, der Kerl ist das Äh, der Teammate ist ein Gegner Dachten schon, der wäre ein bisschen schnell überschaut gekommen Wreckt One-Up-Pit Aber allein schon deswegen hasse ich die Maps so sehr Weil man überall einfach nur weggesnipet wird Ey, das kotzt mich so an Also auf langen Ah, das ist klar Hat er gerade fucking Winsung gesagt? Ja, ich glaube nicht Das ist eine Position oder was? Ich wette Eine Shadowcase darauf, dass er es verkackt Also unser Typ Verkackt Eine Shadowcase wette ich darauf Die habe ich nämlich gerade davor gedroppt Oh, oh Oh, ich verliere meine Shadowcase Verdammt nochmal Na, ich wollte jetzt gerade noch sagen Oh, vielleicht findet er die Bombe nicht, aber In 40 Sekunden sollte er es wohl schaffen, die Bombe zu finden Und hat es auch leider geschafft Jetzt hätte ich meine Wette gewonnen Na ja Ich glaube es ist Zeit für ein bisschen P90 Action auf B I go B now I always die on A Und wir haben zwei AWPs So in die A gehen Okay, gehen beide AWPs B beziehungsweise Mitte Ich habe doch keine Nades Läuft bei mir Ich habe erst 10 Kills mit der P90 What the fuck Ich glaube da muss man ein bisschen gepusht werden Hier Können mindestens 20.000 drauf Am mindestens Wir hatten doch eine AWP-Mitte Ich verstehe halt nicht, wie alle Gegner einfach so Double-Dose kommen, weißt du Ich habe nur zufällig dahin geschaut Plötzlich laufen da vier Gegner raus, Alter What the fuck einfach nur Verstehe halt nicht, wie das passieren kann Es ist sein Ernst Rip Jetzt fangen sie wieder damit an Aber ich weiß noch früher immer Please kick me, please kick me Und dann haben sie Bans bekommen, weil sie zu viele Leute gekickt haben Ich hatte auch mal so einen Bann Für zu viele Spieler gekickt Er ist nicht mal das schlimmste Game, das ich jemals gespielt habe 3-7 Also Da hatte ich schon schlimmere Auch wenn ich nichts dazu beitrage, dass es 3-7 steht 1-1 mit, 1 lower dannes 1-1 mit, 1 lower dannes Jetzt hat er zwei Runden hintereinander gecarryt, der Frainscape Ich mache nochmal eine MP-Runde Ist ja eh scheißegal, was wir machen, weil niemand macht gleich synchron Kaufrunden, nicht Kaufrunden Das dachte ich so Block doch nicht Die oberen Hasards sieht ja so geil aus Einfach nur mit den Stickern Richtig nice Wie als wären die Sticker für die Waffe gemacht worden Von den Farben her Dieser Moment, wenn einfach alle Cities wieder zu A gehen müssen, weil keine A war RIP Jesus Christus Acht Schaden habe ich ihn gemacht Wahrscheinlich mit der Nate, oder? Ja Acht, zwei Oh, lol, alter, what the fuck Ja, keine Chance Alter, der letzte Schuss, der war nice No Scope No Scope Reno Ich glaube, wenn er gerannt wäre und noch um die Ecke geschafft hätte, dann hätte er eventuell sogar überlebt Alter, aber der No Scope, der war richtig krass, Alter Der hat gerade übelst den krassen Play gemacht, der Kerl Man ist ja auch der Einzige in unserem Team, der irgendwas kann, also von daher wundert es mich jetzt auch nicht so sehr Hätte mich gewundert, wenn ich den Play gemacht hätte Ja, das hätte mich gewundert Na, traurigerweise bin ich ja nicht mehr der Schlechteste Also ich bin gleich schlecht mit denen, ne, ich Junge LOL LOL Cover me Nice Oh, da haben wir eine Eco gewonnen Ich glaube, wir haben unseren vier Runden, die wir gewonnen haben, waren drei Runden Eco-Wins oder so Oder nicht direkt Eco, weil mindestens einer hat schon gekauft bei uns, aber Ja, ja, nicht fullball zumindest So wie ich das gesehen habe Oh, rip Lol, ich Shit mit 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 to be mit to be all mit to be und wieder bin ich letzter vieles batman ich hasse es einfach nur so sehr weil ich bin immer der wo überrascht wird eigentlich wurde ich gar nicht überrascht habe die smoke gesehen aber egal ich bin einfach nur schlecht in dem spiel ich glaube ich muss immer eine klassische runde mit der avp verkacken um es wirklich zu prüven dass ich der schlechteste hier bin letzten wirst von den stetsen bin ich immer noch besser als der letzte von den gegnern leider war echt einer es war nicht? das war nicht ganzwarm es war nicht immer gut da ist es nichts ich käibe mir noch mehr sehen wir jetzt mal alle Es gibt es halt nicht, da hätte ich endlich mal einen getroffen und dann geht er den. Oh mein Gott, Alter. Fünf Schüsse verkackt, Alter. Also vier. Oh, das war sogar die letzte Runde. What the fuck, ey. Oh mein Gott, Alter. 23, 11 und dann der nächste, der ist elf Kills. Aber bei den Gegnern ist es genauso. Da hat auch einer, also nicht genauso krass von erster, zweiter, aber da hat der letzte auch fünf Kills und der erste 16. Also es ist auch eine ziemlich große Lücke vorhanden. Rajbi, 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 Rajbi. Komm, komm, Orange, komm, Orange, komm. Was ist denn da mit so? Wir werden nicht so safe untergehen. Oh, sie haben halt den A-B-Stack gemacht, zu dritt. Oh, die sind schon alle tot, what the fuck. Kein Kill und Assist gemacht. Ich glaube, wir haben nicht mal ihn getroffen. What the fuck, Alter. Es ist niemand gestorben, holy shit. Ich habe noch nicht erlebt, dass ein B-Rush tatsächlich mal funktioniert. Mal wieder. Ah, Junge. Der hat mich gesehen, ist der auch nescoutet. Rip. Scheiß Headglitschuhl in Sonne, Alter. Maybe Pit. Oh, leih, Bombe. Oh, fucking idiot. Oh, my goodness. Oh, my goodness. He's low, very low. Oh, mein Goooosh. Oh, my goodness. Fucking... Relax. Shut the fuck up, Orange. Hey, Skull. You're the left. You're the right. Was mich halt ankotzt, ist, solche Leute wie der Blaue, der hockt sich halt da in die Kiste, covert nicht einen Spot, dann kommt einer T-Spawn, killt mich, und der sitzt halt da und macht einfach gar nichts. Ich liebe es halt so sehr. Weil es macht halt so richtig Spaß, weißt du, du kriegst halt übelst aufs Maul, und der Kerr sitzt da in der Ecke und gönnt sich einen ab. Statt dir irgendwie zu helfen, ey. Okay, Skull, Kerr. Hm, aber mit Glück, er kickt sich die Orange selber. Durch Team Damage. Take Bombe, take Bombe. Hey, clear. Oh, mein Gott. 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 Warum steppte denn? Oh, mein Gott, Alter. Wo bin ich hier nur gelandet, ey? Ja, minus 86, er fickt dich ins Knie. Das ist ungefähr das zehnte Mal, dass... ...in dem Spiel passiert, dass ich einen Low geschossen habe und niemand hat ihn gekehlt, weil er einfach behindert sind. Buy ein neues Mikrofon, please. Nein. Okay, dann mute ich dich, weil du störst mich übelst und es trauscht übelst in den Ohren. Kein Bock, einen Tinnitus zu bekommen, weil irgend so ein Spasti sich ein 2-Euro-Mikrofon nicht leisten kann. Hat er da für Skins? Das muss man jetzt gleich mal nachschauen. Wenn er jetzt irgendeinen Gein-Skin hat, dann... ...oder einen halbwegs guten... ...ja, er hat einige Stat-Track-Skins, P90 Asimov. Ja, würde ich halt verkaufen. Würde ich mir halt ein gutes Mikrofon verkaufen. Aber okay. Lieber In-Game-Skins haben statt Audio-Qualität. Einen Orangen kann ich eigentlich gleich mit-muten, weil der flamet den nur, wenn er redet. Der mich jetzt durch die Smoke gekehlt hätte, hätte ich jetzt einen Rage-Quid gemacht. War long, kauf ich spiel. Kompland! Wo hättest du die Smoke? Was? Muten. Und reporten. So. Ich sollte einfach wirklich nicht mehr mit Leuten spielen, die neuerer Rankers haben als ich, ey. Was mich halt auch so ankotzt in CSGO ist halt tatsächlich, dass die einfach dich hochboosten. Mein Keim dieser Spiele war ich auch nur ansatzweise Erster. Ich glaube, ich war jedes Mal letzter oder vorletzter in den Games mit den LGEs. LGEs gibt's nicht mal. LEMs oder was die waren, DMG. Und das Ding ist halt, die schätzen dich einfach so höher ein, nur wenn du mit Leuten gewinnst, die besser spielen hast. Selbst wenn du 1,20 hast, geben die dir einen Up-Rank, was mich einfach nur so ankotzt, weil du bist ja nicht besser, nur weil du mit Besseren spielst. Ja, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, wenn ich in jedem Game Erster gewesen wäre gegen höhere Ränge und hätte alles zusammengefickt, okay, dann absolut verständlich. Aber doch nicht so. Also das Erster ergibt einfach keinen Sinn und zweitens hilft es ja auch keinem. Ist der überhaupt noch da oder ist der jetzt schon Katakult? Okay, mittlerweile habe ich mich abgesondert von allen. Ich bin mit Abstand der Schlechteste im gesamten Spiel. Aber wie gesagt, mache ich an sich kein großartiges Problem mit. Es nervt halt nur, weil es macht dir einfach keinen Spaß, so zu spielen, wenn du einfach immer der Schlechteste bist. Fick dich ins Knie, Spasti. Das ist nochmal. So wie gesagt, ich meine Leute. Danke, du Pisser, Alter. Yeah. Auf diese Waffe würde ich ja so gerne irgendeinen Gain-Sticker drauf machen, aber ich weiß halt nicht welchen, weil ich finde der Skin selbst sieht da schon so nice aus, aber ich finde einfach kein Sticker, der da drauf passt, also von den MAG-Stickern auf jeden Fall schon mal keiner, so wirklich. Aber ich weiß nicht, eigentlich ohne Sticker sieht die auch nice aus. Okay, Able Cat, drop Bombe. Drop the fucking Bombe! Shut the fuck up! Okay, go, go, go. Blond sich erübelst ohne Bombe. Und es ist nicht mal jemand hier, what the fuck. RIP! LOL! Mein Molotow, Alter. Der Molotow eines Gewinners. Aber wirklich, ja. Probieren wir es nochmal mit der AWP. anfangen collaborative mit Ihren Dorf. Auf freige Blond! Ein Drmind vielleicht. Ey, ich hab nen Kill, let's go. Nein! RIP! RIP! Oh, das ist ein Team-Mate! Alter Schwede, hab ich Zeug gebraucht, um das zu verstehen. Stand sogar unten, Alter. Ey, ich hab dem nur 30 Schaden gemacht, what the fuck? Oh mein Gott! Er hat mich wahrscheinlich viel zugeflamed, aber ich hab ihn ja gemutet. Deswegen hab ich's nicht gehört. Tja. Oh mein Gott! Kann doch vom Glück reden, dass ich so schlecht bin, ey. Wo denn? Ich will zumindest noch 10 Ks schaffen. Das ist ein persönliches Ziel, das sowieso keinerlei Bedeutung hat. Verlieren macht einen müde. Na ja, verlieren ist eigentlich nicht wirklich... Steht er fast gleich. Oh. Könnt halt einfach einen Schritt nach links gehen. Und dann könnt ihr durch die Smog schaffen. Oder der andere Smog vorbei, besser gesagt. Oh! Oh! Jetzt ist er tot. Was? Nein, dann einfach eine andere Waffe. Aufheben sollen. Oder probieren. So win. Ich probier's jetzt einfach nochmal mit der AWP. Immerhin hab ich 30 % meiner Kills mit dem AWP gemacht. Also... Also 3 von 7 waren's glaub ich. Oder 2 von 7. Na, ich... Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall 2. Na, ich glaub sogar 3. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Feels bad, man. RIP. Ah, ich glaubte. Dann... Da. Ja, ich brauch. Ja, ich hab ein. Ungenisiere. Lass mich total vorsorgen, du hast eine Bombe? Ich glaube wir haben noch 19 Sekunden. Ups. Wir müssen jetzt eh rennen. Oh! Ja, too late. Oh, Alter, es ist nicht mal mehr lustig eigentlich, das ist einfach nur noch traurig, was hier abgespielt wird. Oh mein Gott, das ist auch der Grund, warum ich nie eine Folge aufnehme, einfach nur weil das so peinlich ist, ey, das will sich echt kein Mensch anschauen. Oh. Oh. Oh, da ist er in der City. Ah! Wie der Käse sich nicht mal umdreht, Alter. Ohne Scheiß. Er läuft so lange weiter bis ich wirklich tot bin. Und erst dann registriert das überhaupt. RIP. Na egal, endlich letzte Runde. Haben wir es hinter uns. Kann ich wieder einen Monat lang sagen. Es kam ja erst vor ein paar Tagen oder Wochen eine Folge. Vielleicht kriege ich also gern Debring, weil ich glaube, ich habe die Runde, die ich da vorgespielt habe, auch verloren. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine schon, aber... Ich weiß gar nicht mal, wie lange das überhaupt her ist. Ich habe es seit mindestens letztem Freitag oder Samstag nicht mehr mehr gestartet gehabt, das Spiel. Und heute ist Donnerstag. RIP. Tötet er mich noch mit meiner eigenen Waffe. Schieß Batman. Das Spiel regt mich so auf, ich droppe nie die neuen Cases, wenn sie noch was wert sind. weißt du? Also wirklich, Drop, Wildfire, Shadow, diese ganze abgeranzte Hundescheiße. Ich bin, ich droppe nie die neuen Cases. Das ist so unglaublich. Ich habe einmal eine neue Case gedroppt, da sie noch 4 Euro wert war oder so. Und das war das einzige Mal. Dann immer erst, wenn sie nur noch 20 Cent wert sind. Das ist so ein Scheißdreck, Alter. Das regt mich auch so übelst auf. Einfach nur Kacke. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, ob ich den D-Rank habe. Hoffentlich. Nein, nein, natürlich nicht, Alter. Das ist ein Scheißdreck, da Shadow-Kiste gerade eben gedroppt hat. Da vorne auch eine Shadow bei euch. Ich weiß gar nicht, die könnte auch vom Game bin. Ne, ne, die ist sogar nicht vom Game bin. Die habe ich nämlich auch erst gedroppt. Genau. Shadow, Shadow, Wildfire ist so ein Scheißdreck, Mann. Das ist einfach so ein Bullshit, ey. Aber der ganze Rest hier ist vom Game bin. Egal. Ja, das war wieder Matchmaking mit mir. Ich hoffe, ihr konntet viel lernen und habt Spaß gehabt, so wie ich. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Auf jeden Fall haben wir es einschalten. Macht's gut als Reihen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.